Christoph, es gab noch eine Äußerung und zwar vom Putin-vertrauten Dimitri Medvedev. Was hat der der Öffentlichkeit zu sagen gehabt? Ja, Medvedev kam wieder einmal, wie wir ihn kennen, seit geraumer Zeit mit markigen Worten und hat gesagt, dass eigentlich Vaterlandsverräter hinter Mauern verfaulen sollten oder im Gefängnis verenden sollten. Aber in diesem Fall war es eben schon richtig, diesen Austausch zu machen, weil man dann die nach Hause holt, die eben dem Vaterland treu sind. Und dann hat Medvedev noch eine unverholene Drohung hinterher geschickt und hat gesagt, dass diejenigen, die jetzt hier freigelassen wurden von Russland, sich schleunigst um eine neue Identität kümmern sollen und sich möglichst gut im Zeugenschutzprogramm verstecken sollen. Also mit anderen Worten, wir kriegen euch alle, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber das ist die Botschaft dieser Message, das ist die Botschaft dieser Worte, wie ich sie interpretiere. Christoph, nun sind ja auch einige Oppositionspolitiker freigekommen. Vor diesem Hintergrund auch, können die Putin eventuell aus dem Exil in Deutschland noch gefährlich werden? Also es geht da vor allem um Wladimir Karamursar und auch um Ilya Yashin. Das sind zwei Männer, der eine hat hier in Russland wegen angeblichen Hochverrats 25 Jahre Haft bekommen, Karamursar und der andere wegen Diskreditierung der Armee, 8,5 Jahre, Ilya Yashin. Und Ilya Yashin ist, wie ich finde, ein sehr interessanter Mann, weil er eines genau verstanden hat, dass es wenig Sinn macht, als Politiker aus dem Exil heraus irgendwas erreichen zu wollen. Und deswegen hat er damals, als ihm die Haft gedroht hat, eines nicht gemacht. Er ist nicht ins Ausland geflohen, sondern er hat einfach die Haft angetreten, hat sich einsperren lassen. Ich denke deswegen, weil er genau wusste, dass das bei vielen Russen eine gewisse Art von Respekt hervorrufen wird ihm gegenüber. Und wenn er was werden will politisch, darf er auf keinen Fall ins Exil gehen. Jetzt hat sich die Lage noch einmal geändert, aber das war genau die Herangehensweise von Ilya Yashin. Und damit will ich sagen, dass Politiker, Oppositionspolitiker, die zum Beispiel in Deutschland sind oder in den USA, für die meisten Russen als Verräter gelten, als Leute, die unter westlichem Einfluss stehen und dementsprechend auch das westliche Lied singen. Und solchen Leuten hört man in der Regel nicht mehr zu. Die werden abgestempelt von den meisten Russen, muss man sagen. Natürlich haben sie auch viele Anhänger, aber die Mehrheit will eben von solchen Männern, die ins Ausland, ins Exil gehen, nichts mehr wissen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020